in der sko schade ja willkommen zu einer runde skywars das ja das ist ein bisschen aufgebaut so wie lucky block wir also das ist nicht wir leider bin ich heute alleine skywars ist so wie lucky weg kann man das sagen ja es wird er zu kommen ab und kommen man sachen ich bin nicht der beste weil ich spiele heute mal auf auf maus und tastatoren ich will so gucken wie ich mich so schlage wenn ich mal nicht auf dem controller spiele locker habe ich nicht um mich das ist perfekt über eine positive bewertung würde ich mich sehr sehr freuen ich brauche ein blöcke dankeschön also ich bin nicht der beste sorry 50 der aber ich bin nicht der beste aber ich gebe mein bestes 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 akkommunität portet sich g t t t t t ja gut dazu sage ich nichts der arme der wollte doch nur einmal ein wascher sein t 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 Ja, ich brauche mal eine Brustplatte, dann bin ich eigentlich schon voll hier. Die Map hier kenne ich gar nicht. Ich werde vielleicht noch eine Folge irgendwann machen oder öfter Skywars aufnehmen, mal gucken. Äh, ja, vielleicht wird nächstes Mal auch jemand dabei sein. Ja, das will ich nix, oder? Ja, der ist gut, der ist gut. Der hat mehr Hetz, der, ah, der hat mehr Hetz gelandet. Schade, schade, schade. Egal, ich bin noch eine Runde, nicht schlimm. Ihr habt ja gesehen, ich bin nicht der Feste. Let's go. Eine Perle, das ist gut, falls ich mich saven will. Trekking Kompass brauche ich nicht. Herzen. Okay, 15 Sekunden habe ich noch. Um kurz zu chillen. Ja, in Solos läuft das hier ganz anders ab. Also, ich habe meine, ich spiele immer mit meinem Freund, habe ich sie ein bisschen erkennt. Ähm, mit dem gewinne ich eigentlich immer, aber hier in Solo läuft das ein bisschen anders ab. Hier sind sehr viele Waschen und alles. Ich spiele übrigens auf der, äh, ja, äh, nicht aber, äh, Bad Trucker Edition. Geil, dass ich den ganzen Stuff eingesammelt habe. Ja, auf der Bad Trucker Edition kann man das hier easy machen. Ich glaube mittlerweile ist, Gott wird schon, aber das war, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht super gut aus. Er macht es gar nicht mal so schwer. Und das kann man nur fünf Herzen haben. Der ist noch in seiner Base. ich hab ein ende perle für die ungern verschwinden aber ich will auch ungern den typen hier laufen lassen hinter mir ist der kam unerwartet das ist gerade selber ich habe den kinder bekommen zwei boomboxen drei boomboxen habe ich jetzt blöcke noch mal auffüllen ich habe ich schon drei boomboxen was soll ich damit ich habe keine herzen muss wieder welche mitnehmen ich will mich ungern so normal in die mitte bauen egal ich bin ein bisschen weit links nicht rechts ich will mir ganz kurz noch mal kurz herzen hier holen habe ich schon eine mega kiste weiß aber nicht ob ich will jetzt keine zeit riskieren nämlich hier in der knockback boombox ist gut geht ihr noch eine boombox vier boomboxen da ist jemand ich weiß hier in der mitte Nein, 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 ich hab' nicht Na, jetzt hab' ich halt keine Appelle mehr Egal Denkt ihr es schafft noch eine Runde zu gewinnen? Also ich, naja Das sind noch drei Teams Ja Gucken wir da rüber, naja, das ist der gute Komm schon, komm schon, nein, nein, nein Komm, eine Runde geht noch, egal, nicht schlechte Runde Ja, wenigstens zweiter Platz, nicht schlimm Oh, eine Schaukel Ja, gut gespielt Mach ich mal das Ja, nicht schön öffnen Wie macht man noch mal Emots auf der Tasse? Ich hab' keine Ahnung Ja, ihr habt gesehen Es gibt deutlich besser als ich Aber ich würde nicht bezeichnen, dass ich der schlecht ist, denn es gibt deutlich besser als ich Ja, das mag ich recht viel Ja, das mag ich recht viel Nice Den Helm gibt's nicht Hier Aber Eine Enderperle ist immer gut, falls man abhauen muss Hier sind Kartentische Interessiert mich aber jetzt ehrlicherweise nicht so Sollte mich auch nicht Bewertet mich mal so als normaler Spieler so von 1 bis 10 So, ich bin nicht der größte Schwitzer, aber ist auch nicht so ein kompletter Volltrottelnub Ja, gut Über Volltrotteln wird's nur mal überlegen Als ob in keiner Kiste Blöcke drin sind Ach komm, Digga Ich hab' keinen Bock, meine Enderperle Es müssen doch Blöcke geben, ja da muss Ey, das ist der von gerade, ne Nein, diesmal nicht, ganz ehrlich, diesmal Ach gut Der ist nicht tot Der ist in der Insel Fuck, ich hab' nichts Ey, ich muss hier abhauen, ich muss hier abhauen, der ist fucking gut Der hat mich letzte Runde übrigens besiegt Falls euch den Namen nicht gemerkt habt Ich hau' lieber ab Tschüss Ach da Der ist ja auch schon Ach komm, diesmal Diesmal nicht, ganz ehrlich, diesmal nicht Nein, nein, diesmal Die Enderperle war die Die hab' ich gut genutzt Ich weiß, ich bin dumm Eine Runde noch, eine, eine geht noch, eine Eine geht immer Eine Runde versuche ich zu Wirklich zu gewinnen Ach Gott Bis zur nächsten Folge werde ich sehr viel üben In der nächsten Folge werde ich besser sein Versprochen Das Ding ist, ich spiele halt nicht nur mit Playstation Spielen hier zusammen, es sind halt auch andere noch Aber der andere Aber der andere hat mich letztens Also, letzte Runde auch schon das Aber ich glaub' der ist diesmal nicht in der Runde Ich hab' ihn lieben gesehen Ich hab' ihn lieben gesehen Ist er noch irgendwas? Ne, Blöcke hab' ich wenigstens Der ist auch ein bisschen dumm, ne? Na, das war dumm von mir Ich frag' mich echt was In was für einer Lobby ich hier gelandet bin Da ist grad schon wieder jemand runde Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wenn du nicht mal runde Was ist denn hier los? Wenn du nicht mal runden Ich hab' ihn mal runden Ein bisschen lebt, rauere ich das Wieso? 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 Wieso?! Da ist sogar schon ein schöner Weg gebaut für mich. Nein, 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 das ist... Ja, ich habe es euch gesagt, ja. Noch eine Runde, ne. In der nächsten Runde werde ich noch besser sein, hoffentlich. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es war nicht die beste Runde, aber kann sich hoffentlich sehen lassen. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ähm, können Sie bitte raus? Ich bin hier noch am... Ich bin hier noch am Kacken. Ähm, können Sie bitte... Los, das ist ein Überfall! Schnell raus mit dem Geld, das ist ein Überfall!